Kann man den Westweg im Winter laufen? In diesem Video geht es um den Westweg. Wir laufen ein Stück des Westwegs im Winter. Der Hochkopf ist ein beliebtes Ausflugsziel, im Winter super gut zu erreichen und sehr schön. Auch für Schneeschuhwanderungen ist der Hochkopf absolut geeignet. Wir befinden uns auf der Ostvariante des Westwegs. Von Basel aus ist es der dritte oder vierte Tag, je nachdem wie schnell er lauft. Der Hochkopf bietet einen wunderbaren Blick in Richtung Feldberg und in Richtung der Alpen. Wenn Föhnwetter ist, sieht man den kompletten Alpenbereich. Eine Westwegfernwanderung im Winter ist auch zu empfehlen. Wir waren beispielsweise kurz nach Weihnachten, waren wir ein Stück unterwegs auf dem Westweg. Es hatte noch sehr viel Schnee, aber das war okay. Im Winter ist es für uns geschickter, Tagesausflüge auf dem Westweg zu machen. Denn es wird früh dunkel und man muss sehr lange im Schlafsack sitzen, bevor man am nächsten Tag wieder wandern kann. Und mit Stirnlampe oder Taschenlampe zu wandern, ist für uns keine wirkliche Option. Da sieht man nicht so viel und die Landschaft ist uns sehr wichtig. Und der Schwarzwald bietet zahlreiche wunderschöne Landschaften. Kann man den Westweg im Winter fernwandern? Sicherlich. Ist es sinnvoll? Meiner Ansicht nach nicht. Ist es dennoch sinnvoll, auf den Westweg zu gehen? Und Wanderungen zu machen? Auf jeden Fall. Die winterliche Landschaft ist traumhaft. Alles ist voll mit Schnee und Eiszapfen. Und die Aussichten sind grandios. Viel Spaß beim Wandern auf dem Westweg im Schwarzwald im Winter. Ich hoffe, euch hat das Video zum Westweg im Winter gefallen. Ich habe zahlreiche weitere Videos zum Westweg. Schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Oder hinterlasst mir ein Abo, ein Kommentar und ein Like. Bis zum nächsten Mal.